Oh, wie geht das? Geht das an? Wir sind jetzt, hallo, wir sind jetzt schön beim chinesen essen gewesen Und hier ist eine Tür. Fick dich Tür. Scheiße, wir müssen rumlaufen. So, wir müssen jetzt rumlaufen. Da, guck mal, da geht's. Hier kommen wir doch rum, Alter. So easy. Und wir waren mal ein bisschen unterwegs, mal ein bisschen woanders, ein bisschen im Harz. Jetzt ist es schon dunkel. Ich wollte eigentlich mit Helen noch ein bisschen rumlaufen mit euch, aber naja. Wir waren so voll gefressen, wir konnten keinen Meter mehr gehen und jetzt habe ich noch ein Bier drungen. Und, ja. Das Hähnchen liegt schwer im Magen. Ich krieg nicht mehr das Bier kaum. Ich fasse das Bier nicht mehr runter. Vor allem wollte ich eigentlich auch mit Selfie-Stick machen. Ich bin zu faul, das Handy in den Selfie-Stick zu stecken. Jetzt gehen wir in Rewe noch ein bisschen Bier holen. Gehen noch zum Kumpel, zum Freunden. Dann können wir da lang gehen. Schein hat einen Rucksack voll. Am Start. Oder was? Ich muss immer mit den Jüngeren rumziehen, weil die Eltern haben immer keinen Bock. So, trinken heute noch ein bisschen. Dann fahren wir mit dem Zuchnagel wieder nach Hause. Und, ähm, mal schauen. Was denn? Bauspielhaus. Was wird zum Bauspielhaus? Was wird zum Bauspielhaus? Ähm, ja. Wir gehen jetzt in Rewe. Kippen holen. Also nicht für mich, sondern für ihn. Wo bist denn du? Und, ähm, ja. Das war es erstmal. Haut rein. Lachen nicht, Alter. Ist so. Mach ich Vlog weiter. Ähm, so. Wir waren jetzt bei einer Freundin. Ja. Und, ähm, wir waren ein bisschen am Dampfen. Und dann abdampfen. Und wir müssen uns jetzt nämlich beeilen, weil wir müssen unseren Zug kriegen. Da steht ein Taxi. Nehmen wir das? Ist das ein Taxi? Ja. Steigen wir ein. Und dann, ähm, steigen wir ein, fahren wir nach Hause. Und dann laufen wir einfach weg, wenn der Geld haben will. Ähm, so. Wir fahren jetzt mit dem Zug nach Hause und trinken. Dann trinken wir noch was, oder? Ja. Ich hab Durst. Und ich bin noch zu nüchter. Und was ist denn jetzt hier? Warum kann man ja keinen Ton? Jetzt. So, ähm. Hier ist voll tote Hose. Ich dachte, du fährst mal eine größere Stadt und so. Und dann ist hier genauso wenig los wie auf dem Dorf. Ja. Danke Merkel. Danke Al-Blali. Ähm. Das ist unser Taxi. Hm. So, ähm. An sich ein cooler Tag eigentlich. Haben wir mal was anderes gemacht, anstatt nur rumzugammeln und uns die Birne wegzupfeifen. Ich kann nicht laufen und gehen die ganze Zeit. Äh, laufen und reden die ganze Zeit. Ich kann nicht laufen und gehen. Da steht hier unser Zug. Sieht man das? Das sieht man gar nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg nach Hause. Das hab ich bestimmt schon dreimal gesagt. Ich weiß nicht, was ich labern soll. Was? Ja. Siehst du? Und? Vielleicht machen wir nachher noch einen kleinen Livestream. Ich hab ja noch, äh, äh, Powerbank und endlich Internet am Start. Können wir mal gucken. Jetzt sind wir gleich da, wie kann man hier, kann man hier abkürzen? Nuh, nuh. Nicht? Warum nicht? Hier ein Zaun ist. Das ist gar kein Zaun. Schnauze. Klar, ist er am Weg. Ja, das sag ich doch. Es wird auf jeden Fall immer dunkler. Seht ihr mich noch? Hallo. Ähm, da ist unser Zug. Ich hab gedacht, das fährt keiner. Ich hätte jetzt nicht gedacht, uh, 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 das, äh, wir den jetzt kriegen, weil Internet ist ja immer so unzuverlässig mit den Fahrzeiten und so. Und man weiß ja nicht, ob die Scheiße ausfällt oder nicht. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an den Stream gestern, an den fetten Support. Gestern waren ja richtig viele Leute da. Sogar Silent Error war am Start, hat ein bisschen supported so. Hat auch ein paar Epic Boxen und so gedroppt auf dem Server. Und Halloween, Halloween Boxen? Ich glaub Halloween Boxen hat auch gedroppt. Und, ähm, Sonntag geht der Vlog hier online. Werdet ihr ja jetzt sehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Alter, du sagst, wir müssen uns beeilen und wir haben noch übel Zeit. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Jedenfalls, äh, nächste Woche Nachtschicht, Sonntag zu Montag Nachtschicht. Das heißt, Montag werden ein paar, ähm, Videos noch kommen. In Sachen YouSee. Und, ähm, dann hab ich Frühstück, also Streams werden auf jeden Fall so ausfallen, dass ich so circa, äh, äh, ab 14 Uhr streamen werde oder so. Dann so bis 18 Uhr, schätze ich mal. Also jeden Tag vier Stunden circa. Wenn ich nicht gerade am Videos machen bin. müssen wir mal schauen. Wir ballern jetzt erstmal in den Zug rein. Es ist 22 Uhr, 24. Gucken wir mal hier rein. Und dann sehen wir uns. Guck mal, die schlafen schon alle. Mal auf, wie die Lupe. So, Leute, wir sind wieder da. Ähm, was machen wir jetzt noch? Da dampft der einfach ab, Alter. Da fährt der ohne uns weiter. Spinnt wohl. Achso, wir sind ausgestiegen. Ähm, ja wir gehen jetzt noch ein bisschen im park bei uns gammeln und gucken dann also ich werde langsam müde muss ich sagen aber an sich war es ein geiler tag ich habe auch so die videos bzw die fotos hochgeladen was wir so gemacht haben bzw was wir gegessen haben und hier ist auch dunkel weil die lampen sind die lampen immer an und die anderen jungs sind alle auf tour unterwegs und auf party aber ich glaube ich war zu alt für die scheiße ich habe echt keinen bock mehr also ein bisschen bock hat man schon aber das endet bloß wieder keine ahnung scheiße auf jeden fall auf jeden fall am nächsten tag vielleicht muss auch morgen zur nachtschicht und da habe ich keinen bock darauf ich muss gucken dass ich euch den video hier noch raus knalle und nächste woche werden auf jeden fall mehrere vlogs folgen und ein paar infos zu newsie und patch note video kommt noch und vielleicht noch eine pvp montage eventuell bin ich mir aber noch nicht sicher ich denke mal mehr stream sand als montags 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 ist aber kein vollmond alter vollmond ist auch am start hat sich gar nicht angemeldet hätte mal bescheid sagen können hätte man vielleicht mal hinfliegen können so ich habe erstmal nichts mehr zu sagen du reicht doch ich nicht so da sind wir noch mal und noch ein kleines schlusswort scheiße ich habe kein schlusswort was hier los leute vielen dank für euren support an dieser stelle noch mal und wir trocken jetzt langsam nach hause und ich könnte noch was machen aber naja gut wenn ich wieder was mache dann ihr kennt das vielleicht ihr fahrt auf party gebt euch die kante oder so und dann ach so hier komme ich mit lang ja und dann wacht ihr nächsten monat auf und denkt euch scheiße wo ist mein geld und habt alles versoffen und so was ihr eigentlich sparen hätten könntet und deswegen fahren wir auch nicht auf party deswegen gammeln wir uns den arsch ab was machst denn du und und ja so sparen wir geld man bastard und ja ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr was ich sagen soll ich wollte bloß noch sagen wir sehen uns montag nächste woche und hab da nicht gesehen und 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 ich weiß nicht was ich sagen soll ich will einfach nur schiss sagen bis dann das war ein kleiner kurzer vlog der vielleicht nicht gerade so interessant war aber ich habe mir mühe gegeben nächste woche kommen auf jeden fall bessere themen und ich habe auch schon ein paar themen aufgeschrieben und das ziehen wir durch bin euer schein für tv und so sieht es aus würde ich mal behaupten hau rein machs gut willst du noch mal gucken oder was? willst du noch mal gucken? haltemượbe hast du jetzt fertig? die GUYAM hast du noch so Im zum nächsten Mal